So, alles zurück liebe Zuschauer, ich musste mich gerade zu Seite bewegen, weil ich mich hier ein Huhn massiv an der Seite und so schwein. Oh du, hier ist eine Par-Sphäre drin. Ja, dann nimm sie raus, es ist deine. Ist ja nett. Ja, ich werde sie mir in Ehren halten. Und Schnucki, wie sieht es bei dir aus? Und Schnucki, mit deiner Burg? Warte. Jetzt freut mich schon wieder. Wieso, was los? Ich baue, in der Mitte kann ich kein Holz setzen, zu nahe an einem Bossbauwerk. Aber drumherum kann ich überall was bauen, was ist das für ein Verarsch hier? Hm. Och ja, das kennen wir doch. Ja, hatten wir jetzt dann nicht auch das Problem? Ja. Oh. Irgendwie bin ich gleich überladen, aber ja, kann passieren, wie komisch. So, ich hätte da sitzen lassen können. Oh, ich weiß nicht, ob ich nicht. Dreams are my reality. Kassin! Kassin? 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 diese aus Leicht wieder überladen? Nicht schlimm? Ja, nur leicht. Ja, der löst doch alle. Super. Ich bin froh, dass du jetzt noch ein bisschen laufen kannst. Am Anfang des Spiels konnte ich dich da gar nicht mehr bewegen. Okay. Als du rausgekommen bist, oder was? Ja. Oh, nicht schlecht. Ich denke, das ist nicht ständig. Ja. Du hast deinen Stuhl, was kann denn dein Stuhljagd dafür? Der verliert die ganze Zeit Luft. Dein Stuhljagd verliert Luft. Der ist ein Gaming-Stuhljagd. Ich kann es ja höhe vorstellen. Ja, weiß ich. Liebe Gaming-Stuhl-Entwickler, denkt ihr auch ein bisschen an uns etwas kräftig gebautere Leute? Weil der Problem hat ich nämlich auch. Sollten wir mal richtig erfolgreich sein, lieber Gaming-Stuhl-Entwickler, dann gibt es ein Arschbräck. Dann schick ich höchstpersönlich Jesse und Schnucki vorbei und dann hat der Arschbräck. Komm, wie sie die Tür vor meiner Nase zu macht. So, das Tür bleibt offen. Naja, wenn sie zu ist, dann kommt Stefan hier ja auch leider nicht rein. Ach, deswegen war er ja, dann hätte ich so zu machen sollen. Nein, Arnie disst nicht. Kann ich eigentlich wieder tun? Ne. Ne, ne, ne. Na, mein Hühnchen, jetzt mal unter uns, ihr Beetsschwester, was machst du eigentlich hier? Weil du ehrst mir eigentlich die ganze Zeit nur hinterher und machst dein Genuss. Okay. Ich lass mal meine Mist-Cheek hier. Ah, mach du nicht. Ich muss das dann nicht wegmachen. Ich muss das auch. Das muss ja eh nichts hinschreiben. So, ja. Ach, ein Shiny hier. W-w-w-w-w-w? Jetzt schon. Bleib stehen, blödes Vieh. Wir noch voll am Bauen, er ist schon am Shinies Farm. Wir suchen jetzt eine neue Baustelle. Wir suchen eine neue Baustelle. Kannst ja auch in unserer Nähe bauen, wenn er will. So, was sagst du bis jetzt? Das ist die geile Brot. Ich glaube, ich glaube. Ja. 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 Google Gott, ja auch weg da bist du genau weil du willst zuhauen und dann braucht er so lange zum Schlagung bis das viel wieder außer Reichweite ist Du hast jetzt mich gemeint, weil der mein Gott gesagt hat. Ne, ich weiß meinen eigenen Namen auch. Okay. Das ist, wenn man keinen Bogen hat, dann ist das so lästig. Bleib doch stehen, du scheiß Mistvieh. Blödes Drecksangsthasen-Ding. Oh, 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 das ist eine Beste. Klar, ich sollte abbreiten. Nein. Mama! Warum wäre ich jetzt schon wieder zu schwer? Was hebt ihr denn immer auf? Okay. Hat das einen Grund, warum hier eine Wand steht? Wer steht im Brand? Hier steht eine Wand. Wand mit W. Da steht eine Wand. Wo denn? Die hier. Die, 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 die. Also ja, die habe ich vergessen abzureißen. Lass das! Hä? So. So. So reden! Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sehen. Ich bin nicht in der Nähe. Ich überhole mich gerade selber. Ja? Hast du mir wieder Zutaten besorgt? Ja. Hast du mir wieder Zutaten besorgt? Ja. Mach ich wieder zu Zeit. Keiner muss hier arbeiten. Ah, ich arbeite nicht? Okay. Na dann. Ist ja gut. Falls die kein Bett haben, bekommen schlecht gelaufen. Das kommt gleich ins Bett. Weil wir ja wissen, dass es ganz viele Bauten gibt, die, naja, ziemlich extrem groß sind. Ja. Wir wollen aber nicht spoilern. Warte mal, wir bräuchten wir hier jetzt wissen. yes-hung guilt. mm. just do für snit wir Nein, ich bin wieder überladen. Wieso? Ich habe kein Holz. Moment. Ich überhob mich gerade jetzt. Oh, heute ist es in der Kuh. Ich bin wieder überladen. Ich bin wieder hier drauf. Ich bin wieder auf. Ich bin wieder los. Ich bin wieder auf. Ich bin wieder auf. Ich stöhnt hier was zurecht, diese Perkel. Ich bin eh blind. Da unten steht Kativa und die Kapkett waren gelesen. Ich habe einen Waffenbruch. Meine Waffe hat sich übergeben. Das dauert jetzt. Jetzt kann man die Ausdauer auf pointen. Ich bin eh blind. 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 Ich überhole mich gerade selber. Das war sehr, sehr wichtig bei Fleisch. Ich bin eh blind. Ich bin eh blind. Jetzt bin ich arena. Ich kriege die leider nicht gerade hängen, jetzt bin ich zu dumm für. Ja, habe ich gestern aber auch nicht hängen, ich bin der Punkt. Ich bin der Punkt mit Engel. Du machst die Betten dann nach oben? Ja, aber wer reißt denn da jetzt was ab? Na, ich nicht. Furious. Wie du siehst, ich bin sehr schnell unterwegs. Ja, ich mache die Betten nach oben. Weil wir unten den Platz brauchen, weißt du doch. Ich kriege gern Wappenbruch. Ja, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Vielen Dank. Ich habe noch einen. Cool, dass der hier unten steht und da umbaut. Naja, okay. Ist halt so. Oder wollen die vielleicht einfach nicht unter das Fenster? Kann das sein? Ich mache jetzt meine normale Holzwand hin und versuche jetzt noch mal eins zu machen. Let me, let me. Ja, die scheinen keine Fenster zu wollen. Jetzt konnte ich es nämlich bauen. Okay. Komisch. Sehr komisch, aber egal. So. So, reparieren kannst du jetzt auch. Keine Waffe. Ich verstehe. nicht ich verstehe das nicht ich bin irgendwo wilder bauten sporn direkt neben mir hoch ist mit level 15 ja jetzt bin ich mir auch bereit und spiel ich dann zieh in unsere nähe hier hast du scharfe sehr gut ja mal schlafen ganz jahre aussen rum wo du schläfst nein aber du kannst ja aussuchen welches bett du nimmst ja hier schon vorbei auch in deiner richtung ja 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 Wenn wir nicht schlafen gehen, glaube ich. Hopp, los mal. Ach, kann ja so wenig schlafen. Oh, kann man mal den Hahn erschießen? Das nervt ja. Nicht wundern, die Pals habe ich eingepackt, weil wegen, ähm, ich weiß schon. Ja, Julio. Lucy ist auch noch der Wack, wo die schlafen, aber bewegen sie, aber laufen schon. Mhm. Äh. Ja. Ja. Oh, du hast Hunger. Immer habe ich Hunger. Oh, ja. Oh, das war eine Post. Gut, sind meine Dankeschön. Ja, ich will jetzt gucken wie ein Pinguiner. Entweder du kommst mit oder du lässt es, weiß ich nicht. Da unten rennt Ena. Ja. Dich? 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 Du kannst doch mal stehen, Mann! Kali! Kenna, selbst stehen! Du bist schon leiser! Du bist schon immer so leiser! Kali! Du bist schon leiser! Du bist schon leiser! Sonst schwanger! Du bist nur! Mein Gott, das ist nichts im Weg! Meine Fresse! um sagt ja wo wirst hungrig ein gewünsches Ei geh doch mal weg hier du blöde Ton verpas Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuuüüüüüü flexibility oi Halt es auf. Bleib stehen! Oh, noch mal ein. Entfeucht es rein. Kommt es nicht meistens hin. Äh, egal. Haben wir hier einen Pinguin? Nein, haben wir nicht. Ich habe zwei Pinguine. Meiner ist irgendwie auf einmal weg gewesen. Warte mal. Ja, bitte. Warte. Warte. Oh, warte hier. Ein Pinguin. So. Kann ich das nicht machen? Ist das Ding jetzt unten angequatscht oder nicht? Boah, was mache ich denn hier? Ja, natürlich nicht. Ach, leck mich doch am Tüffel, Alter. Bleib drin, bleib drin, ach Mensch, leck mich. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, ach Mensch. Er lässt es ja wie ein Scheiß aus, wie er lebt. Ja, 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 ja. Ab und zu. Und ich brauche ein Stern. Oh, ich brauche ein Mädchen. Onze. Ich brauche moisture denn, weil ich fast sie Voilà. Ich brauchein. Ich brauche ein bisschen offense. Schauh, gracein. Ich brauche ja. Es ist Essen für alles. Ich kriege Ohren und du bist da. Ich kann die Zuschauer sehen, wie man das macht. So, da hätten wir einmal der Armin. So, da hätten wir einmal der Armin. So, da hätten wir einmal der Armin. So, da hätten wir einmal der Armin sein möchtet. Nie auf der Suche nach Namen. Wo ist denn jetzt eine Vieh hin? Die ganze Zeit war das hier, jetzt ist es nicht mehr da. So, da hätten wir einmal der Armin. 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 das manchen kippen auch nicht Vielen Dank. 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 Gucken wir gleich mal. Vielen Dank. Nein, bleib doch mal drin. Ich habe noch mal ein... Ich habe noch... So... Ich habe noch mal ein... Und... So... 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 So...